Bist du zu fett geworden und fühlst dich einfach nicht mehr wohl in deinem Körper? Du willst zwar weiter Muskeln aufbauen, aber es macht so einfach keinen Sinn. Dann geht es dir so wie mir noch vor ein paar Wochen. Aber zurück zu dir. Die Lösung für dein Problem ist ein Minikat. Was ist denn ein Minikat? Ein Minikat ist einfach eine sehr schnelle und kurze Diät. Der Vorteil hierbei ist einfach, dass du keine unnötige Zeit verschwendest und sofort wieder in den Aufbau kannst. Denn schließlich, sind wir mal ehrlich, ist das eigentliche Ziel oder das langfristige Ziel ja der maximale Muskelaufbau. Das Ganze kann dann bei dir so aussehen. Also hier einmal ich vor meinem Minikat und dann hier 5 Wochen später mit 5 Kilo weniger. Und man kann dazu sagen, 5 Wochen für einen Minikat ist eigentlich schon eine sehr lange Zeit. Und um dir und vielen anderen das gleiche zu ermöglichen, also komplett entspannt den perfekten Minikat zu machen mit den noch vielen weiteren Vorteilen, habe ich das ultimative Minikat-Programm erstellt. Das Wichtigste dabei ist mir, dass ich nicht ein paar langweilige Informationen runterlese, sondern dir in den 16 Videolektionen eine ganz simple und praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung gebe. Du weißt also genau, was du machen musst. Und damit die Umsetzung für dich noch viel, viel leichter wird, gibt es noch als Bonus obendrauf einige richtig coole Rechner, Tabellen und Pläne. Dass du mit einem Minikat dein gewünschtes Resultat erzielst, ist klar. Die Frage, die du dir stellen musst, aber wie kompliziert ist es denn? Und mit meinem Minikat-Programm halt, ja, wirklich null. Keine Sorge, wir reden auch nicht über kleine, unnötige Details, sondern das gesamte Videomaterial aus dem Kurs dauert insgesamt auch nur 60 Minuten. Die Frage, die du dir jetzt stellen musst, ist, willst du jetzt alleine anfangen rauszusuchen, was du machen sollst, was ein Minikat ist und nach vielen Stunden Arbeit wirklich dastehen mit, ja, nichts wirklich oder einfach diese Abkürzung nehmen, die ich dir hier anbiete. Klicke dafür einfach auf den Link unter diesem Video. Du kommst dann zu so einer Webseite mit noch ein paar mehr Informationen und wenn du da weiterklickst, kannst du dir das Programm kaufen und in der Sekunde, in der du dir das Programm kaufst, kommst du auch wirklich schon zum Programm, kannst dir ja super schnell einen Account erstellen und dann wirklich sofort loslegen. Wenn du keinen Bock mehr hast aufs Fett sein und einfach wirklich etwas ändern möchtest, dann öffne ich dir hier die Tür, kaufe dir also am besten jetzt gleich das Minikat-Programm. Warte, ich hab's zwar eigentlich noch nirgendwo auf Social Media verraten, aber mit dem Code GYM kannst du nochmal 10% auf das komplette Programm sparen.